Natur und nachhaltige Bildung im Unterricht erlebbar machen. Das ist die Gemüseklasse. Die Gemüseklasse ist ein innovatives Bildungsprogramm, bei dem SchülerInnen ihre eigenen Kräuter und Gemüsepflanzen direkt im Klassenzimmer säen, pflegen und ernten. Über ein ganzes Schuljahr hinweg erarbeiten die Kinder mithilfe von abwechslungsreichen und spielerischen Bildungsmaterialien sechs verschiedene Themenbereiche, die ganz einfach in den Lehrplan des Sachunterrichts der dritten und vierten Klasse integriert werden können. Die Kinder lernen so zum Beispiel, wie Gemüse wächst, welche Nahrungsmittel den Körper fit machen oder wie eine Ernährung der Zukunft aussehen könnte. Beim Aufbau und der Bepflanzung der bereitgestellten Beete helfen die detaillierten Anleitungen und Videos im digitalen Bereich. Damit alles gut wächst, ist die Pflege der Beete in unterschiedliche Checks organisiert. Die SchülerInnen werden für die Checks in feste Teens eingeteilt, die wöchentlich rotierende Aufgaben zur Pflanzenpflege übernehmen. Sie sorgen eigenständig dafür, dass die Pflanzen die richtige Menge Wasser bekommen oder der Boden gelockert ist. In den wöchentlichen Gemüse-Stunden erarbeitet die Klasse mithilfe von lehrplankonformen Bildungsmaterialien weitere spannende Themen rund um Gemüse und einen wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln. Jetzt anmelden und mitmachen unter gemüseklasse.de Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020